Mir stirbt keiner weg! Das ist meine Hand! Ich bin echt versierter. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir quellen uns nochmal durch die Platzierungsrunde der Session 1. Es ist ein Drama. Ich habe noch ein bisschen ohne euch gespielt. Ich glaube, ich habe noch zwei weitere verloren. Das heißt, von vier Runden, ein Sieg, drei Niederlagen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Leute bzw. die Mit- und Gegenspieler in der Session, sorry, dass ich es jetzt sage, oder Season Session, wie ihr es nennen wollt. Ja, die Leute sind einfach ätzender. Ich kann es nicht schönreden. Es geht einfach nicht. Aber ich versuche mal ganz kurz die Zeit hier noch zu nutzen, um euch was zu zeigen. Ihr wisst ja wahrscheinlich bereits schon, es gibt einen neuen Charakter. Die Anna. Anna. Ich nenne sie einfach Anna. Natürlich haben wir für diese gute Frau noch gar nichts. Ich glaube, wir müssen noch mal Lootboxen kaufen. Ich habe sie auch noch gar nicht gespielt. Ich habe in letzter Zeit eigentlich nur D.Va gespielt. D.Va gefällt mir gerade. Und wir waren euch wieder vor, wir spielen auch in dieser Runde. D.Va. D.Va finde ich einfach cool. Und vor allem durch den letzten Patch hat es jetzt einen kleinen, wie sagt man, Anpassung gegeben. Für den einen oder anderen Charakter. Stuhl schon wieder. Unter anderem die D.Va. Sie soll jetzt anscheinend stärker sein. Oh, ich... zurück ins Match. Ja, ins Match. In King's Road. Oh man, das wird ja wieder was. Warten Sie sich bereit zum Angriff. So was wollte ich sagen. Genau. Wir spielen D.Va. Schneid, bevor es irgendjemand nimmt. So. Wir spielen D.Va. Die D.Va hatten, ja, einen Abkrieg bekommen, sagen wir es mal so. Verteidigungsschild kann man jetzt öfter einsetzen. Nur noch eine Sekunde Abklingzeit. Lädt sich auf. Finde ich ganz, ganz, ganz eine feine Sache eigentlich. Und... Soll jetzt mehr Schaden austeilen. Davon habe ich noch nicht wirklich gemerkt. Irgendwas davon. Und... Wenn sie ihre Ulti einsetzt, soll sie keinen Schaden mehr davon nehmen. Wenn ich... Hervorragend, brauche ich nicht mehr in Deckung gehen. Und im Geischen... Die Ulti brucht 15%, wenn es richtig war, ist weniger... Punkte, um voll aufgeladen zu sein. Weil ich hatte ja manchmal das Problem, dass die Ulti, wie soll ich sagen, nicht... nicht zum Zug kam im Spiel, ne? An diesem Tag fühlte ich mich leben. Okay. Gameface on. Gameface on. Naja, auf jeden Fall, das sind so... die Anpassungen von der Diva. Und mal schauen, ob wir das richtig einsetzen können hier. Wahrscheinlich... Hätte ich jetzt hier gleich abgeschossen. 1. Andriff beginnt. Nehmen Sie Zielgruppe A ein. 9. Ups. Freifliches Geschütz voraus. So, schauen wir mal, was man machen könne. Wahrscheinlich nicht viel. Ich bin viel zu offensiv wahrscheinlich. Sehr schön. Ja, es geht halt doch irgendwann mal aus. die APM. So, ein Hammerwisch, wenn ich auch nicht viel schade mache. So. Wir versuchen irgendwie ein bisschen, die ganze Leute zu unterdrücken, damit unsere ein bisschen schießen können. So. So. Ich habe sein Schild weg. Oh, der sagt noch. Mach mal wieder auf. Hallo, wieso macht der keinen Schaden, Jungs und Mädels? Mach mal was. Mach mal gerne mit. Mach mal. Mach mal wieder auf. Oh. Ja, gehen zu den Brunschild, Junge. Auf geht's, komm, wir müssen jetzt irgendwie langsam mal durch. Oh, jetzt, jawohl. So, oh, hier haben wir vorwischt, sehr schön. Zwerg, du musst dran glauben. Sehr schön. Uh. Ich hab dich im Visiten. Ach nee. Nee, jetzt kommt das scheiß Soul schon mit der Rolltie. Fuck, ich hab ja nichts. Ich hab dich im Visiten. Nein, der Punkt hat uns gehört, Mann. Verdammt. Schnell dran, jetzt. Aber ich denke, wir waren gar nicht so schlecht. Na, scheißegal, wie ich mir einen Daumen nach unten drehe. Wir waren so. Ha. So, auf geht's, komm, hau dem sein Schild runter. So, schön, immer schön draufhalten. Jetzt werden sie gefahren. Auf, 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 auf. Ja. Verdammt, ey. Wie kann das jetzt passieren? Wo denn? Nein. Wir haben jetzt den Scheißpunkt ein. Auf geht's. Uh, 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 das war knapp. Okay, jetzt fahrt. Komm, noch ein bisschen, jawohl. Achtung, ich bin wieder da. Dass wir drauf haben. Wir haben alles drauf. Tschau, viel Spaß. Yes. Nicht schon wieder. Tschau, Soldat. Checkpoint. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. So, wir wollen ein bisschen Heilung. Danke, Soldat. Schau. Ups, das war aber nichts. Ich hab' ihn trotzdem. Ich hab' ihn. Und ich bin gleich tot. Ja, ist das wahr? Aber ist unser Mitspiel, aber positiv. Einfach mal drauf schiessen. Ja, komm, ins Ziel, mit der Fakt. Ja, komm, komm. 96 Prozent, ja, Doppelgeld. Rein. Ja, Mann. Abgeschlossen. Aber so, die erste Runde war scheißegal, wir haben's. Ich glaube, ich bin zu alt für dieses Spiel. Gut, luck, have fun, in Kurzform, G&H, GH. Diese ganze Kürzel, Alter, ich bin Opa. Das geht's doch gar nicht. Oh, Mann. Wenn wir früher gab, so war's nicht. Das ist eine Katastrophe, ey. Da merkt man manchmal, dass man alt wird, wenn man die Spielsprache nicht mehr versteht. Oh Gott, das ist eine. So, jetzt auch wieder. Dann gehen und gehen ja mal zurück zum Geschehen. Und die zwei, die muss genauso gut laufen wie die erste jetzt, dann haben wir's. Oh, Hammers, Mädels. Hey, Alter, scheinst du oder? Sorry. Das sind keine Einspiegelungen an irgendwas oder so soll schon irgendwas sein. Das ist einfach nur, ich weiß nicht. Man versucht irgendwie lustig zu sein, ne? Guten Tag. Hallo, alle. Ah, in 30 Sekunden erwarte. Nein! Schön mal aus dem Labor heranzukommen. Schön mal aus dem Labor heranzukommen, weil du bist du Versuchskaninchen oder was? Ich will's da hoch. Danke. Danke. Wir werden nie sterben, wenn man hier steht, aber egal. Versuchen wir's einfach mal. Das war ja gar nicht so schlecht, oder? Okay, die Laserwaffe bringt dir ja nix, die Frontarriere. Nee, da war man zu übermütig. So, jetzt aber, komm. Mit Laser. Ja, ja. Ich will jetzt einfach nicht liegenbleiben, genau. Komm schon 95 Prozent, ich brauch mein Mecha wieder. Danke. Ab. Sind wir ja gerade noch irgendwie davon gekommen, ne? Puh. Ja, ich kann nicht alles seit der Abdecke. Vor mir, hinter mir, links, rechts. Irgendwann ist... Hat auch mal Schuss. Hauen wir jetzt, jawohl, komm, wir müssen gut rein in unseren Mecha. Warten wir uns jetzt an. Puh. Los geht das Spiel. Oh, scheiße, Mann, ihr falsche Tasche, ich glaub's nicht. Fuck. Ja. Ich flüchte halt immer direkt nach Oberbett und Vorsicht gegenverkehr. Komm, ey. Ich hab mal jetzt noch wegkommen, komm, komm. Jawohl. Super. Oh, 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 was? Schluss jetzt. Fuck, 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 fuck. Fuck. Jetzt wird's zu viel. Geh weg von mir. Alter, fies dich. Fuck. Fuck. Ich will nur 100%. Ja, komm, jetzt ein, 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 schluss. So. Puh. Ey, wir gewinnen die Runde auch, ich glaub's gar nicht, ey. Kommo. Jawohl, heimig. Wir müssen da weg, wo ist der schwarze Loch. Yes. So sieht's aus. Hammer. Isä. Ach, das war auch schon? Cool. Wieso sind wir ne Highlight? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ein Sieg. Ich glaub's gar nicht. Na, Heilung hat man gegeben, na ja, gut. Na, aber zu spät gesehen. Aber passt so weit. Oh, drei Goldmedaille. Arscher Sieg des Tages, ey. Das dritte Spiel. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich vorher gekotzt hab, ey. Mann, Mann, Mann. Schlimm sowas. Wenn's nie klappt. Platzierung, jetzt seht ihr. Ein Sieg. Zack, zack. Drei Niederlagen wieder ein Sieg. Ein Ranglistepunkt. Das ist eigentlich echter Baum nicht, dass man nur einen Punkt kriegt. Naja. Beendet. In diesem Sinne, wollte ich ja sagen, ist die Folge beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir schon wieder Diva gespielt haben. Die gefällt mir halt gerade und es besteht auch die große Wahrscheinlichkeit, die sehr große, dass wir es in der nächsten Runde wieder zucken. Natürlich wieder beim Besuch, eine Platzierung zu erhalten. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke fürs Zusehen. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Dann machen wir sie alle wieder platt. Wie ihr gesehen habt, funktioniert ja, sobald ihr zuseht. Wenn ihr nicht zuseht und ich alleine spiele, dann wird's nix. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao. Adios. Wir sind Hoffnung. Wir sind Ehre. Wir sind Mut. Wir sind Gerechtigkeit. Wir sind Mitgefühl. Wir sind Entschlafenheit. Wir sind Harmonie. Wir sind Overwatch.